herzlich willkommen zu einem weiteren video und zwar von counter strike diesmal sogar mit live commentary und zwar hat der liebe trilux eine map eine oster map gemacht und die werden wir jetzt spielen i hope you have a bit of fun ja und die ganzen youtuber hier kann man ostereier finden ja bots gibt es hier bots keine ahnung ich drücke einfach mal auf go ich habe irgendwie gelesen man kann hier ostereier finden und jedes osterei hat einen sound von einem anderen csgo youtuber gespeichert und er spielt sich dann ab wenn man ein ostereier findet oder so irgendwie mal sehen wie das wird ich kenne mich zwar in der szene jetzt nicht so gut aus muss ich ganz ehrlich sagen okay die bots sind hier schon alle gekickt 60 minuten zeit okay das sind hier anscheinend alle youtuber sparkles den kenne ich wieder ist auch ein deutscher youtuber wenn tools ja den kenne ich auch einmal habe ich auch schon habe ich habe die der trilux natürlich aber wirklich gut kenne ich die meisten nicht okay das ist hier die map wie heißt die normalen militia das so irgendwie hier ist auch schon ein osterei das aufnehmen nein das kann ich nicht aufnehmen äh ne geht nicht hey you found my easter egg wasn't really hard though was it right in front of this egg you can see the scoreboard with all the remaining eggs you need to find if you find one you will hear an audio clip from a csgo youtuber after that a ding sound if you trigger the egg for the first time and the cover plate will pop out and review the location where you found the egg so you can easily keep track on which ones you've already found i hope you have some fun and happy easter egg hunting ah ok ich habe den sound leider so leise gestellt weil ich davor noch hier das mikrofon getestet habe dass ich es einfach nicht gehört habe also wir haben hier das erste ei vom drill schon gefunden ja war auf jeden fall ziemlich schwer mal sehen ob hier unten noch was ist könnte man hier ostereier verstecken hier irgendwo einfach mal hier entlang das war dann wahrscheinlich die war die wir hier schon am scoreboard gesehen haben ähm hier ist dann also nichts mehr ist auch ein schönes ding am ende wenn man eins ein osterei gefunden hat hier irgendwo aaaah oh great bravo 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 you found me you found the french well now i guess i'm just gonna do what french people do we are the french people do what the fuck das hat jetzt sein müssen ähm ok wir haben hier einen franzosen mhm mal sehen im haus ob es hier noch irgendwelche eier gibt da kann man nicht hinauf drinnen ein hm 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 ne hier ist nicht wirklich irgendwas ah da oben hoho komm ich da hinauf ja so das war dann wahrscheinlich sparkles würde ich jetzt sagen ähm von der stimme her ah hier ist noch was i see you found my easter egg i hope it tastes good by the way it came out of my asshole äh alles klar ähm oh nein das ist gar kein ich dachte schon hier ist das nächste ähm hm ist hier noch etwas rein aha wir können auf das scoreboard schauen wie viele ostereier wir jetzt schon haben ähm oh ja wir haben eh schon ein paar ah das war dann wahrscheinlich der der hung guckene das glaube ich franzose das war der jambo ok den kenne ich gar nicht ähm ja die eule die luke sparkles hatte ich recht oder war das der ja ich glaube das war der ähm aber wir haben auf jeden fall noch ein paar zu finden war ich hier schon ich weiß es gar nicht mehr hm hier kann man hier hinauf ja hier kann man sogar hin rauf ah da oben hey guys you found me awesome go bananas go bananas banana gaming wow was war das war ich das hä okay okay egal ähm hier den banana gaming haben wir jetzt auch schon hmhm hier muss doch auch noch irgendwas sein aha was ist das sind hier mehrere congratulations you found what appears to be an ostrich egg but be careful these large flightless birds can grow to almost three meters tall have a powerful kick and can this and value with their claws there could be one right behind you right now but don't look they'll only upset it further best of the second moment ah das ist das geräusch wenn hier ein ein ei freigeschalt wird hm hm kann man die aufschießen ah die werden einfach hoch gezogen oder wie funktioniert das hm hm vielleicht hat zivilux da auch ein video darüber gemacht wie er diese map hier gestaltet hat oder vielleicht auch nicht weil dann kennt man ja schon alle verstecke das wäre nicht so gut aber der macht des öfteren hat ja auch eine eine advents map gemacht das war auch ganz interessant zuzusehen ähm so ist hier hier ist nichts oder hm ne hier ist nichts hm 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 hier oben ist auch nichts ah hier die ist drin ist wieder ein Huhn wieder befreit ähm so hier waren wir aber schon also wie viele Eier brauchen wir jetzt eigentlich noch Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Also doch schon noch ein paar. Hm. Hm. Wo könnte ich noch suchen? Hier könnte ich noch suchen. Ist hier drinnen irgendwas? Ah, ja. Oh, wie komme ich hier hin? Oh, hallo da. Ich bin der Mantrus-Easterreg. Und du hast mich gefunden. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du dir einen glücklichsten Rupingel gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch auf dem Rest deiner Reise. Das war Mantrus. Erkennt man, denke ich, sofort an seinem englischen Akzent. Einfach an seiner englischen Aussprache. Hier ist wieder ein Huhn, wieder befreit. Ähm, so, hier oben ist nichts. Hm. Hier muss doch irgendwas sein. Das bringt mir jetzt aber nichts, wenn hier kein Ei ist. Das ist wenigstens. Nach dir ist das, orb. Zum Schluss. suck. Und jetzt haben wir bv computer ist hier irgendwas es ist hier ich kann das leider nicht lesen irgendetwas in der konsole steam hier etwas ist ein fernseher ok und jede menne alte monitoren hier kann man wieder die flaschen umschießen ja ich liebe das hier so this is what it's like to find the gregster 101 easter egg in trillux's easter egg hunt map don't go eating too much chocolate or else you'll end up with fillings and if you end up with fillings and you may end up accidentally electrocuting yourself on the foil on the eggs i think to do this every year and i'm not sure how hashtag easter egg problems aside i hope you have a good easter and also a great 2016 alles klar es wird das ihr euch und jetzt auch eine große zum umschießen okay waren wir hier schon oben ist nichts ja hier waren wir schon ja hier war ich auch schon irgendwie komisch dass hier nichts am dach war habe ich das übersehen ich hätte mir sonst gut vorstellen können dass irgendwas am dach ist ich glaube ich nicht hinein aber hier waren wir noch nicht sie hätten was das sind keine er aber da ist mal Merry Easter, my friend. I told you my life was beginning, the moment I saw you I was winning, already in love before you came in, washed away the tears from yesterday. I told you my life was beginning, the moment I saw you I was winning, already in love before you came in, already in love before you came in. Okay, noch 3 Ostereier, 3, ist hier irgendetwas, nein, ist hier nichts im Rauchfang, äh, komme ich hier nicht hin, doch, ähm, das hier haben wir schon, das hier sieht auf den ersten Blick immer aus, als wäre hier etwas, ja, hier, das hier haben wir auch schon, Hm, 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 war ich noch irgendwo nicht, ich weiß es nicht, hier unten, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin einfach nur hier so E gedrückt, weil ich mir schon dachte, dass hier vielleicht irgendwas drinnen ist. Und jetzt war da wirklich ein Ei. Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt. Wie viele Eier brauchen wir jetzt noch? Eins oder zwei? Denke ich waren es. Wahrscheinlich bin ich eh einfach vorbeigelaufen oder so. Also das im Kühlschrank war jetzt schon auch schon ganz schön knifflig. Habe ich das hier schon? Hallo Leute, mein Name ist Nato, Safix und danke dir so viel, dass mein Easter Egg finden. Jetzt auf deiner frühesten Convenience, bitte mailen sie zu P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Danke dir in advance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 This egg is to obtain many ladies you are a champion a winner don't let anyone tell you otherwise and of course Yeah You found all 15 easter eggs in on this map be sure to check out all the people that got involved in this project by looking at the scoreboard You can find the links to their channels on the small signs below So, danke für den Snap, ich hoffe es war ein bisschen Spaß und natürlich Happy Easter. So wie ich ein paar überhaupt nicht. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall mal anschauen, was die so machen. Hier, den hier zum Beispiel. Klikks Philipp. Ja, ja, Klikks Philipp. Noch nie gehört, Fantasy. Nee. Braxton, ich glaube von dem habe ich schon mal gehört. Na, Tocefix, auch noch nie gehört. Hatten Games habe ich, glaube ich, schon mal ein Tutorial oder so gesehen. Jambo kenne ich auch nicht. Hm, ja, gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Channel, die man sich anschauen kann. Wenn man so in CSGO-Content interessiert ist. Das war es dann auch schon. Wir haben hier das Easter Egg Hunting Special erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe es hat euch auch so viel Spaß gemacht, wie mich hier die, wie mir, wie mich. Wie mir hier die Ostereier zu finden. Ha. Ha. Daher, ja, werde ich das Video jetzt einfach einmal beenden. Ähm, ihr könnt euch die Map natürlich auch herunterladen. Ich werde euch einfach einen Link in die Beschreibung stellen. Natürlich auch von Trilux. Und die Links von den ganzen, die hier dabei waren, habt ihr jetzt eh gerade gesehen hier. Ähm, ja, das war es dann auch. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.